Herzlich Willkommen zu Captured! Wir spielen mal wieder ein Indie-Horror-Spiel, was öfters von euch vorgeschlagen wurde, wie eigentlich jede... Ich sag gefühlt bei jedem Indie-Horror-Game am Anfang immer das Gleiche. Ich sag immer, wir spielen mal wieder ein Indie-Horror-Game, was oft von euch vorgeschlagen wurde. Ich sag mal, mal spielen, was nicht vorgeschlagen wurde. Hab ich heute. Ich glaub, Supermarket wurde nicht so oft vorgeschlagen. Whatever. Wir spielen auf jeden Fall ein Horror-Game, in dem es anscheinend darum geht, dass uns ein blinder Killer verfolgt. Und das wurde, wie schon erwähnt in meinem Intro eben, sehr oft vorgeschlagen. Und ich hab das schon mal... Okay, gut. Das ist ein sehr episches Intro dafür, dass das Spiel wahrscheinlich 10 Minuten geht, aber... Die Dinger sind süß. Alright, alright, dann... Fangen wir mal an... Fangen wir mal an zu spielen! Schauen wir mal, worum es geht! Ich hab mal so ein 2 Minuten Video von gesehen und fand eigentlich, dass es relativ Standard aussah. Aber wenn es oft empfohlen wird, dann scheint dir doch vielleicht ein bisschen mehr hinter zu sein, als ich gedacht habe. Und ich bin jetzt erst mal still. Also, ich bin jetzt von's zu veriteln. Und ich bin jetzt von's. Und ich bin jetzt von's. Ich bin jetzt von's! Ich bin jetzt von's. Wirklich, das, das war immer so weit. Über anfangen, die ganze Zeit ist es, das, was ich ins Spiel. Und dann ist das Wichtigste, das, das war nicht. Deine Stimme ist ein bisschen trotzig. Ich brauche einen Bonbon. Sie sehen, Sie sind nicht alleine hier. Es ist ein Mann, der wünscht Sie sich um dich zu treffen. Der Name ist Damien Clyde. Und er ist blind, aber er hört. Also be quiet, Visitor. Keep very, very quiet. Go ahead, find the lever. My voice is waiting. Oh, oh, ja, okay. Äh, Saw. Die grobe Zusammenfassung von dieser Story. Ja, der hat eine sehr komische Stimme. Okay, wir sind hier unten gefangen von dem Typen unter der Erde und müssen basically Saw spielen. Wir müssen nämlich in jedem Raum Schalter finden, um den nächsten Raum zu können. Und währenddessen verfolgt uns ein Mann, dessen Namen sehr episch in einem Intro reingepackt hat. Er heißt nämlich Damien Clyde. Wenn das nicht der Name von einem wahnsinnigen Horror-Mörder-Killer ist, dann weiß ich auch nicht. Was ist hier drin? Kann ich das auch machen? Ich versuche, wie ich das aufmache, mir das angucken, dann denke ich mir, ah fuck it. Dann mache ich das wieder zu. Ah, falsche Tür. Dann kann ich nochmal aufmachen. Hab ich keinen Schalter gedrückt? Oh, ich hab gerade den Schalter gedrückt. Den wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte eigentlich das Ding da aufmachen. Gut. Dann nehmen wir also einen Schalter. Also, Damien Clyde ist ein blinder Mörder, der hier unten mit uns eingesperrt ist. Und der hört uns aber gut. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich an ihm vorbeikommen und es eher immer mitbekommt, wo wir sind. Okay. Gut. Das krieg ich hin. Das ist glaube ich eine Sache, die ich so weit schaffen werde. Dankeschön. Dankeschön. You've probably noticed by now that you're barefoot. This is to balance the game in your favor. It's only fair, don't you think? Oh, and I'd like to apologize for the surprise needle to the neck. It was only a harmless sedative, so don't worry. Anyway, now that you know how these chambers work, allow me to introduce you to the other element of the game. Damien Clyde. Damien Clyde. Hi. Ich meine, cool gemacht, aber der Name ist nicht so gruselig. Du heißt Damien Clyde. Wow, beeindruckend, Damien. Okay, also ich gehe mal davon aus, ich darf nicht sprinten, sonst würde ich mich sofort hören. Kann ich vielleicht irgendwelche Sachen irgendwo hinwerfen? Warum liegen die Dinger eigentlich in jedem Horrorgame überall rum? Wofür brauchen Leute die? Habt ihr überall Gabelstapler? Nein, also tut nicht so. Hört auf damit. Kann ich hier irgendwas rumwerfen? Ich meine, das ist nicht, wenn ich drücken könnte. Kann ich das vielleicht aufheben? Ja, genau, da war ein Geräusch. Ey, du, das war ich nicht. Das war neben mir. Warum greifst du mich an, du Arschloch? Genau. Das Ding aufmachen und dann das. Ja. Ich kann aber nicht leise sein, weil sobald ich den Schalter berühre, ist das halt ein Geräusch. Vielleicht kann ich den Schalter aktivieren und dann die Flasche gegen die Wand werfen. Au, es ist laut. Hopp. Ja, genau. Ja, komm, renn. Das war bestimmt keine Flasche, die man gegen die Wand geworfen hat. Das ist bestimmt jemand mit der Flasche, mit der Hand, also die in der Hand hatte, gegen die Wand gelaufen. Das wird sein. Deswegen renne ich. Was macht der da? Noch nicht so smart. Nein, neben mir. Kumpel. Au. Woher kann er wissen, dass ich daneben stehe? Au. Okay, fuck you. Fuck you. Ich täte bis fair. Du spielst nicht fair. Deswegen drück ich jetzt Scheiter. Fuck you. Nicht schlagen. Dankeschön. Geh weg. 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 Tut so. Tut so. Tut so. Dankeschön. Fuck you. Atme ich oder atmen wir anders? Wie ist jemand vor mir? Ja, ich will nur sagen, es ist schwer, denen zuzuhören, während jemand einen Meter vor mir atmet. Oh, du warst das. Sehr schön. Seine Zähne sehen verdammt gruselig aus. Entschuldigung. Ich wollte es nicht mehr reden. Ah. Soll ich das tun? Nein. Ah, super. Die Dinger sind super laut. Dankeschön. Darf ich jetzt reden? Okay. Ich kann entweder den armen Typen hier nennen wir ihn Donald. Donald, das geht. Wir können entweder einfach töten, indem wir diesen Schalter aktivieren, dann ist er sofort tot. Oder wir retten ihn, indem wir diese drei Teile hier langsam drehen, die aber anscheinend super laut sind, was nicht so gut ist. Also fange ich mal an. Ich kann nicht. Wait, muss ich? Muss ich das Ding hier erstmal aktivieren? Ich glaube, ich muss aktivieren einmal. Okay. So, das Ding geht jetzt langsam runter. Ich muss jetzt diese Teile drehen. Oder ihn einfach töten mit dem Schalter. Ich gehe mal davon aus, sie ist scheiße laut, oder? Könnt ihr irgendwas werfen hier? Okay, ist das Drehen? Es dreht sich gar nicht, oder? Hallo? Drehst du dich eigentlich auch? Ich hänge fest. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hänge fest. Ich kann mich nicht. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ah, oh. Okay, das lief anscheinend nicht so, wie es sollte. Ich kann nämlich... Was habe ich getan? Was habe ich getan? Das Spiel ist im Arsch. Nice. Kann ich jetzt... Ah, jetzt. Okay. Okay, meine Frage ist jetzt, wenn ich das drehe, kommt es wahrscheinlich direkt auf mich zu, ne? Nein? Nein? Kommst du zu mir, oder? Oh. Das war schon vorher so, bevor ich da reingegangen bin. Da kann ich absolut nichts für. Wirklich. What the fuck war das gerade? Der Typ hat geschrien nach dem... Ach, egal. Ich glaube, ich hätte nicht mal die Zeit gehabt, um die Dinge... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob die Zeit gehabt, um die Dinge aufzudrehen, bevor er mich getötet hätte. Okay. Ich habe mich ein bisschen hochgehalten. Wurde ich... Ja, ich wurde anscheinend schon mal getroffen. Gut. Knöpfe. Das Ding muss ich aufdrehen, ja. Ah. Äh, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ey, das kriege ich doch, Arschloch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich bin ein bisschen Nudel, weißt du das? Liegt dir irgendwo noch an, das ist ein Leiche rum, oder bin ich selbst eine? Bin ich... Bin ich weiß schon... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey, hängt dein Decker aus? Hängt... Bitte, Pin, 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 Pin. Okay, warte, wie oft kann ich drücken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtmal. Oh. Okay. Schwarz. Weiß. Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz. Schwarz. Weiß. Yay! Okay, ich muss eine Reihenfolge machen, nicht einfach nur die Anzahl. Gut. Das dauert ja ewig. Ich hätte niemals die Zeit gehabt, das zu machen, während ich verfolgt werde. Never. Never hätte ich das geschafft. Das wäre niemals möglich gewesen. Dieser Raum gefällt mir nicht. Unter einem von den Typen wird er stehen. Ich weiß nicht, unter wem... Haben die... Schöne Schuhe. Schön blutig. Toll. Okay, in der Reihenfolge... Was soll das heißen? Äh. Wart mal. Ah, die sind in verschiedenen Höhen. Wart mal. Das ist das Niedrigste, ne? Es gibt einen Mittelhohen, einen Hohen und einen Niedrigen. Wart mal. Okay, manche liegen, manche stehen und manche sitzen. Das könnte es vielleicht sogar wirklich sein. Ich fange mal mit dem an, die liegen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Okay, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Deswegen hat sich bewegt, ich vertraue dir nicht. Wie viele sitzen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ne, ne, Sechs. Ich glaube, sechs. Habe ich recht? Ich glaube, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, die restlichen müssen jetzt der hier sein. No? Habe ich verzählt? Wie viele liegen? Oder vielleicht zählen die Stühle hier, auf denen keiner... Oh, ich habe die mitgezählt, oder? Wart mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Habe ich den gezählt? Dreizehn vielleicht? Ich mache es nochmal. Ich zähle jetzt aber nur die, wo wirklich welche drunter sind, weil hier ist ja niemand. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf kleine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viele sitzen wirklich? Also, wie viele sind da drunter? Eins, zwei, zwei, eins, zwei. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf stehen. Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Ich mache irgendwas falsch. Zählen vielleicht doch die, wo niemand drunter ist. Wie viele werden es dann? Ich habe, glaube ich, gerade vier oder fünfmal zu wenig gedrückt. Also, nochmal. Fünf liegen auf jeden Fall, ne? Da habe ich, glaube ich, recht mit. Einer, zwei, einfach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Man sieht das so schlecht, wenn das Licht ausgeht. Fünf liegen. Ja, okay. Fünf liegen. Auf anderen Seite scheinen keinen zu sein. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und der Rest ist die. Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Habe ich zwölfmal? Ich kann. Okay, war wahrscheinlich richtig. Also, drück mal hier. Wir wissen hier. Ich trau dem Scheiß nicht. Hört diese Musik? Ich trau der Kacke mal absolut gar nicht. Irgendwas würde passieren. Ah! Holy shit! Fuck you! Fuck you! Das war so klar. Okay, was muss ich machen? Wo muss ich lang? Wie soll ich den loswerden? Mann, der weiß immer, wo ich bin! Ich glaube, ich kann sogar stehen bleiben, der weiß, wo ich bin. Also, lass es! Warum weißt du immer, wo ich bin? Ich dachte, du bist blind! Was ist das? Gefühlt, wenn der... Ja, ich weiß. Gefühlt, wenn der einmal... Ja, wenn der einmal weiß, wo man ist, dann weiß der immer, wo du bist. Egal, was du tust. Da kann ich Geräusche machen, wie ich will. Der rennt immer perfekt auf mich zu. Das ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich irgendwo anders in der Ecke was werfen. Und dann rennt er da hin. Ich weiß nicht. Weil der greift mich ja wirklich an und ist sofort auf mich. Ich hab mal keine Chance, ihn irgendwie abzulecken. Vielleicht... Vielleicht darf ich mich nicht bewegen, wenn er auf mich zurennt. Ist das vielleicht die Lösung des Spiels? Oh no. Schwarz, weiß, weiß. Okay. Schwarz, weiß, weiß. Schwarz, weiß. Schwarz, schwarz, weiß. Badaam! Woo! Alles nach vorne drehen! Danke schön. Bin jetzt wieder vollgehalten. Ne, ich hab jetzt glaube ich nur... Ich wurde zweimal getroffen von ihm. Das heißt, ich hab mich immer voll des... Ne, man, das war laut. Was doof ist. Was sehr doof ist. Okay, ist genau das gleiche wie vorhin. Da waren es... 5... 5... 7... Hab ich jetzt... 5 oder 6? Ich hab keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, ich hab mich jetzt verzielt. Egal. Ne, war richtig. Sehr gut. Jetzt werde ich wieder sterben. Das freu ich mich aber... Was passiert denn, wenn ich einfach stehen bleibe am Anfang? Greifte mich dann trotzdem... Er wird mich angreifen. Ich möchte das Ding hier drehen. Vielleicht möchte ich das Ding einfach durchdrehen. Ich will einfach durchziehen, während er mich angreift. Ob das geht? Nein, das wird nicht gehen. No! 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 Warum hörst du mich? Ich renne nicht! Woher weiß er immer, wo ich bin? Wie macht ihr das? Hör auf damit! Lass das! Ich mag das nicht! Ich werfe dich ab mit Sachen. Ganz viele Sachen werfe ich ab. Ja, das tut bestimmt sehr weh. Fuck you! Kann ich's drehen? Nein! Fuck! Hahaha, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss ich noch nicht nervös. Au! Ich hab gestanden. Warum schlägst du mich, wenn ich dich stunden? Das ist doof! Das gefällt mir absolut gar nicht. Hör auf damit! Oh! Ja, okay, 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 okay. Ich hab keine Ahnung, was er machen soll. Der greift mich halt einfach an. Ich hab ja gar keine Ahnung. Wenn er mich einmal angreift, hab ich gefühlt gar keine Möglichkeit, ihn wieder loszuwerden. Oder es gibt eine Möglichkeit, die ich einfach nicht raffe. Aber keine Ahnung. I don't know. Ich versuch's einfach nochmal. Komm mal, vielleicht schaffen wir es irgendwie, irgendwann, eines Tages. Komm, wir an. Damien Clyde. Ich hab' ich so gesagt, ich hab' das nochmal machen. Äh, okay. Schwarz, weiß, weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz, schwarz, weiß. Kann ich schon auswendig. Yay! guck mal wie lang das dauert und das sollte ich machen während er mich angreift hat der entwickler sich gut überlegt das scheint gut zu funktionieren ich will echt mal wissen wie andere leute sie geschafft haben wenn es andere Leute geschafft haben aber ich habe nie was machen kann vielleicht sollte ich einfach mal so alles hier hinlegen gut das sind wohl auch erledigt tschüss ok gut das Ding werfen wir nicht mehr schade habe ich eigentlich vielleicht kann ich Sachen bei ihm im weg legen aber das klappt ich glaube es kaum könnte man probieren vielleicht rennt er dann dagegen moment mal eine andere die habe ich noch wenn er auf mich zu rennt ich mache so kurz den scheiß hier 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 wenn er auf mich zu rennt vielleicht soll ich einfach mal nicht direkt weg sprinten vielleicht weiß er ja gar nicht wo wir sind kann das sein ich probiere es mal so ich bleibe jetzt mal ganz ruhig obwohl ich eigentlich total ausrasten würde weil ich angriffen werde von dem scheiß sie nein er weiß sofort wo wir sind natürlich weiß er dass er weiß direkt wo wir sind okay wenn ich in der ecke stanne hierhin renne hier ist dann jetzt drehe vielleicht gut ich habe absolut eine halbe sekunde zeit um das ding zu drehen absolut lächerlich ich kann es nicht mal drehen ich kann es nicht mal drehen wenn ich drauf gucke ich häng fest tschüss nein okay okay fuck man fuck it no das ist nicht cool okay was soll ich denn anders machen ich verstehe es weil er ja hier drunter ist deswegen sind es nur elf was ist hier steht überhaupt jemand warte mal sehe ich bei den anderen ja da sehe ich die füße bei dem halt nicht und da ist er drunter cool 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 es muss irgendeine andere möglichkeit geben es kann nicht sein dass ich einfach jedes mal hier sterben soll weil es komisch und doof so was kann ich mit den dingen hier machen kann vielleicht so eine festung bauen dass sie da rein rennt und dann stirbt wenn ich schön was passiert ist die stapel nichts ist dann kann sie in einer glitschen oder so bleibt nein er auf ich will eine festung bauen kumpel dass ich da auch mal bauen hier nein nein man 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 ich brauche physik in diesem spiel so nein hör auf damit du bleibst jetzt genau das problem ist halt ich kann sich über sehr gut ich kann es dann nicht übereinander aufeinander drauf stellen weil ihr seht ja wenn ich gegensteine kann ich damit überall durch jetzt nicht mehr doch ich kann das überall durch glitschen lassen das ist sehr seltsam ok ok fuck that ich versuche es noch mal ich habe noch einen millimeter genau davor stehen von der seite kann ich mich nicht machen klappt es vielleicht wenn ich es langsam mache das war die falsche richtung kumpel wer greift er mich dann trotzdem irgendwann an wahrscheinlich schon ne ich schätze ja 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 man warum weißt du ja immer wo ich bin das macht keinen spaß mit dir das ich habe das spiel bei zwei anderen leuten gucken die sind dann auch beide an der stelle hier aufgegeben und fand es beide nicht so cool gut schade ich finde ich eigentlich von der idee her nett aber ich glaube die haben das nicht richtig programmiert oder haben sie mir gedacht dass es schwerer wäre so sobald er einmal irgendwie dich irgendwo gehört hat verfolgte dich halt überall hin und ist dann irgendwie nicht mehr blind ist ein bisschen komisch das haben auch die anderen leute gesagt die das gespielt haben das ist halt vielleicht dann die entwickler noch ein bisschen was daran arbeiten nämlich die idee von einem blinden mörder ist ganz cool aber da müsste die mechanik auch richtig funktionieren da müsste nicht einfach laser blick auf dich drauf haben sobald er dich halt einmal irgendwo gehört hat und dich dann immer für alle ewigkeiten überall hin verfolgen selbst wenn du irgendwo einfach nur still stehen bleibst und der eigentlich gar nicht wissen könnte dass du da bist aber hey schade 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 die idee ist ganz cool aber das level hier dieser raum hier ist echt verdammt frustrierend und der muss wahrscheinlich dann vielleicht nochmal geändert werden so viel von der early access version hier vor dem spielen deswegen schätze ich mal werden sie noch ein bisschen was daran ändern wenn viele youtuber das hier kritisiert haben diese einstellen werden sie wahrscheinlich sowieso noch was dran ändern auf jeden fall ja das war dann captured falls ihr irgendeine vollversion rauskommt könnt ihr mir nochmal mitteilen dann werde ich auf jeden fall spielen sonst sehr nervt ist meine mausempfindlichkeit für jedes spiel mal neu anpassen muss das immer ein bisschen komisch aber egal gut aber ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder euer Crofted bis dahin bye bye